Edgar Friedrich Flathau war ein deutsch-britischer Schauspieler, Filmproduzent, Synchronautor und Dialogregisseur. Leben Flathaus künstlerischer Schwerpunkt lag zunächst auf der Bühne. 1919 gehörte er zum Ensemble des Münchner Prinzregententheaters. Ein Jahr später wirkte er zudem in einigen stummfilen Produktionen wie Siegfried Dessau aus Kriminalpolizei, Abteilung Mord und Heinz Schalz Die im Schatten gehen mit. Für längere Zeit fand er eine künstlerische Heimat im Theater am Königsplatz in Stettin, wo er neben Maria Wimmer, Dore Milbrett und Anno Marie Kaiser vor allem als Bon Vivant in Erscheinung trat. Flathau verlobte sich mit der Schauspielkollegin Julia Lehrmann. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten bekam Flathau, der den von den Machthabern geforderten Ariane Achweis nicht erbringen konnte, Ressatimas zu spüren und emigrierte 1936 nach England. Dort erlernte er schnell die englische Sprache, so dass er bald wieder auf Londoner Bühnen als Schauspieler arbeiten konnte. Ab dem 8. Mai 1940 war Flathau, der sich inzwischen auch als Filmproduzent betätigte, britischer Staatsbürger. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte Flathau nach Deutschland zurück. Aufgrund seiner guten Sprachkenntnisse arbeitete er fortan nicht mehr auf der Bühne, sondern als Dialogautor und Synchronregisseur, VR, für die Rangfilm-Synchronproduktion in Hamburg und das Aventin Filmstudio in München. Unter seiner Regie entstanden die deutschen Fassungen von bekannten Kinoproduktionen wie 55 Tage in Peking. Im Erik Pressbürgers und Michael Pauls Augen der Angst der Untergang des Römischen Reiches fand Thomas I.P. Kress streng geheim, Lady Killers und Mullen Rouge. Bisweilen übernahm Flathau auch selbst Synchronrollen unter anderem für Richard Litsch in der Lange Arm und Ernest T. Iger in Söhne und Liebhaber. Nach einer 1970 in den Stettiner Nachrichten veröffentlichten Angabe seiner Schauspielerkollegin Anne-Marie Kaiser verabschiedete sich Flathau um 1970 in den Ruhestand und ging zurück nach England. Dort ließ er sich an der Südküste in Breiten nieder. Filmografie Schauspieler 1920 Narrenliebe 1920 Kriminalpolizei Abteilung Mord 1920 Die Liebe vom Zigeuner stammt 1921 Die im Schatten gehen Dialogbuch und Regie ausgezählt USA 1951 Der Schrecken vom Amazonas USA 1954 Dialogregie 55 Tage in Peking USA 1963 Aber lieb sind sie doch UK 1955 Augen der Angst UK 1961 Brennendes Indien UK 1959 Kopf hoch Brust raus GB 1958 Das Haus auf dem Geisterhügel UK 1959 Das Herz aller Dinge USA 1953 Der Präsident Frankreich 1960 Der Rote Schatten UK 1960 Der Untergang des Römischen Reiches USA 1963 Die Brücke der Vergeltung UK 1957 Die Herren Einbrecher geben sich die Ehre UK 1956 Die Nackte Wahrheit UK 1957 Die Todeskarten des Doktor Schreck UK 1964 Duell am Steuer UK 1957 Van Thomas Frankreich 1964 Flammen über Vernoss USA 1954 Gefährlicher Urlaub UK 1953 IEP Kress streng geheim UK 1964 Konflikt des Herzens UK 1951 Lock in der Tiefe USA 1955 Lock in der Tiefe USA 1955 Lady Killers UK 1955 Moulin Rouge USA 1952 Sodom und Gomorra USA 1962 Traum meines Lebens USA 1954 Verschwörung der Herzen UK 1960 Und wenn die Wand eines Lebens Auf zum Люden